hallo liebe leute hier ist wieder danz2.8 und das hier ist danz2.8 tube mit einem neuen video dieses mal zog ich wieder fahrgeschäft simulator allerdings das letzte mal fürs erste weil ich die ganzen simulatoren löschen muss um die leistung meines nicht so guten pcs zu verbessern ja ich hoffe euch wird trotzdem dieses video gefallen ok mit den tasten ja diesmal zeige ich eben das den fahrgeschäft simulator das ist so ein ding vom hersteller kmg tube speed Aber auf jeden Fall, ja, ist es halt erstmal das letzte Video, ja, weil die ganzen Spiele das macht die Leistung des PC schlechter und da ich hauptsächlich halt Roblox spiele, müssen halt dafür die anderen Spiele weichen, weil es wäre blöd, hier zum Beispiel Roblox zu löschen, aber dafür alles andere zu machen. Also jedenfalls, ja. Ist zwar jetzt auch nicht gerade das spannendste Video, aber das ist halt auch gleichzeitig der letzte Simulator, den ich halt habe, also den ich noch nicht aufgenommen habe. Aber ich denke auch, dass wir das die kürzeste Aufnahme von allen nennen. Ja. 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 Das war's für heute. Ja, okay, das war's tatsächlich schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal mit anderen Videos. Falls euch dieses kurze Video gefallen haben solltet, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann könnt ihr diesen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal mit Dan 82.